Ich würde gerne starten, wir machen es so, dass die Predigt heute vor dem Anbetungsteil und vor dem Abendmahl kommt. Ich würde gerne starten mit zwei, drei Stimmen von euch, die bei dieser Challenge mitgemacht haben. Zwei, drei Mutige, die sich getraut, etwas zu sagen. Wie war das? Der Moment, wo ihr einfach gefroren, stehen, sitzen oder je nachdem geträgt werden. Wie hat sich das angefühlt? Wie war das für euch? Hat jemand den Mut? Der kann nicht einfach reinrufen. So leise ist es noch nie gewesen, am Viertel vor zehn hier drin. Wenn jemand einkommen wäre, dachte ich, was ist auch los? War es schön, so ruhig? Schon, oder? Okay. Anstrengend. Ja. Geht recht in die Muskeln, wenn du die ganze Zeit die Hände hochheben musst. Das Schöckchen hat gefällt. Aha. Wobei, dort hat auch nur der Rotscher Federer das Schöckchen bekommen. Der Rotscher Federer, ja, ja, ist gut. Wie meinst du? Du hättest noch länger stehen können. Super, sehr schön. Andere Stimmen? Kein Zeitgefühl mehr plötzlich, ja. Ich weiss gar nicht, wie lange es geht, wie lange steht man schon so. Ja. Es ist so schön, dass du einfach mal nichts machen willst, oder wenn du mal wirst. Du nimmst jetzt schon... Das ist jetzt spannend, dass du das sagst, weil um das wird es nachher dann auch gehen. Es geht heute um Warten. Ums Warten. Und ich habe mich daraus genommen, aber ich weiss genau, wie es mir gegangen wäre. Ich habe es extrem mühsam gefunden, einfach so zu warten. An einem Ort zu stehen und es passiert nichts. Weil ich finde Warten einfach nur blöd. Und mühsam. Ich will, dass sich etwas bewegt. Dass es für sie geht. Ja, genau, wir haben da ein Beispiel. Ich komme gerade auf das. Das Problem ist, wir leben nicht in einer Jets-Welt, in der immer sofort alles da ist, sondern wir leben in einer noch-niet-Welt. Ich arbeite zwei Tage noch in Wiel im Raftzer Feld draussen. Und meistens am Abend, wenn ich nach Hause komme, hat es einfach schandbar viel Verkehr. Und nicht selten passiert es, dass es weder vorwärts noch hinter sie geht und ich sitze dort in meinem Auto inne und muss einfach warten. Und das finde ich recht, recht blöd. Es ist nicht gerade so krass, wie ihr es hier auf dem Bild habt, aber so ein bisschen ähnlich. Ich will schon längstens zu Hause sein, ich will verschiedene andere Sachen erledigen, aber ich bin eingeschlossen in meinem Auto und kann nichts anderes als warten. Stillstehen. Oder wenn ich dann zu Hause bin und es in der Nacht ist schon schön aufgetischt und ich habe Hunger und wir rufen den Kindern alle zum Essen und die Kinder kommen alle bis auf eins. Oh, das kennen Sie, die einen, die Kinder haben. Ein Kind kommt einfach nicht. Wir warten einfach dort. Und das stinkt mir extrem. Dort einfach müssen es warten, nur weil das eine Kind das Gefühl hat, es hätte etwas Wichtigeres zu tun oder es möchte ich gerade nicht hören. Das ist wie die ganzen mühsamen Momente, so warten. Oder ich weiss nicht, ob es euch auch schon ähnlich gegangen ist. Irgend in einem Rät oder bei einem Vortrag oder von mir aus am Sonntag in einem Gottesdienst, der steht da vorne und der redet und redet und redet und redet und redet und redet immer weiter. Und man überlegt sich, ja, es ist ja spannend und gut, aber hat das Ganze auch irgendeinig ein Ende? Aber es bleibt uns nichts anderes übrig, als einfach zu warten, da zu sitzen. Wenn du das Gefühl noch nie gehabt hast, dann herzlich willkommen in diesem Gottesdienst. Warten ist sehr mühsam. Der Grund, warum das Warten für viele Leute schwer ist, ist, dass das Warten mich daran erinnert, dass ich es nicht im Griff habe. Wenn ich warte, dann kann ich nichts Wichtiges machen. Ich kann nichts machen, wo ich davon denke, dass es mein Leben wirklich bedeutend macht. Ich sitze einfach nur rum, ich bin nicht am Drücken, sondern irgendwie bin ich ausgeliefert. Nehmen wir mal den Doktor, den Arzt. Es gibt ja den Raum, der sich dem Warten ganz speziell widmet. Den Warteraum. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die einzige Person, die nie im Warteraum drin ist, das ist der Arzt? Also mir ist es noch nie passiert, dass die Praxisassistentin, wo ich reinkam bin, sie mir gesagt hat, gut Herr Mohr, da ist das Bürokrat gerade parat, der Computer, erledigen Sie alle Ihre Aufgaben, die Sie noch müssen erledigen. Und wenn Sie alles erledigt haben und parat sind, dann schicke ich den Arzt bei Ihnen zu den Türen ein. Der Arzt wartet momentan so lange im Wartezimmer, bis Sie alles erledigt haben. Und wenn Sie alles erledigt haben, dann kommt er vorbei. Das ist mir noch nie so gegangen. Weil es ist eine tiefe Worte, wenn es um das Warten geht, dass die weniger wichtige Person auf die wichtigere Person wartet. Und so merken wir, wie wir warten, dass wir es nicht nur nicht im Griff haben, dass wir es nicht kontrollieren können, sondern eben auch, dass wir vielleicht gar nicht so wichtig sind, wie wir es gerne manchmal hätten. Letzten Sommer sind Barbara und ich im Europapark gewesen. Wir haben es gedacht, das wäre eine gute Idee. Dumm war es, dass x-tausend andere Leute auch gedacht haben, dass es genau an diesem Tag eine gute Idee wäre, in Europa-Park zu gehen. Und so sind wir schon, bevor wir überhaupt im Park waren, mit dem Auto in der Kolonne gestanden. Und so ist es dann den ganzen Tag weitergegangen. Um auf die Bahn zu gehen, mussten wir richtig lang anstehen. Also ich werde nie mehr im Sommer irgendwo in den Europapark gehen, habe ich dort entschieden. Was das Personal dort macht, ich mache ganz etwas Interessantes, um sich mit dieser Wartezeit ein bisschen anfreunden, gibt es so Schilder. Und auf diesen Schildern steht, ab hier noch drei Tage warten. Nein, 50 Minuten warten, 40 Minuten warten, 30 Minuten warten und so weiter. Da kann man sich ein bisschen arrangieren. Es war eigentlich ein lässiger Tag, aber die Wartezeiten, die waren obermühsam. Und das sind ja nicht nur die alltäglichen Sachen. Eben warten im Verkehr, warten auf den Bus, warten auf die Kinder. Am Tischten gibt es ja noch die grösseren Sachen. Die Sachen, die mühsamer sind. Die Person, die auf einen Ehepartner wartet. Oder das Ehepaar, der darauf wartet, dass es endlich ein Kind bekommen kann. Oder das Warten von einer Arbeitslosen auf einer Arbeitsstelle. Das Warten von einer kranken Person auf einen Tag, wo sie wieder sagen kann, so, jetzt kann ich ganz unbeschwert leben. Zum ersten Mal seit langem freue ich mich wieder, dass ich leben kann. Das sind die grösseren Sachen. Und ich denke, auf diese Sachen warten wir immer wieder. Und gerade wie wir Christ sind, dann passiert es sehr häufig, dass wir in diesen Momenten fragen, Herr, wie lange noch? Herr, wie lange geht es, bis du etwas machst? Bis du eingreifst? Der David, der hat das auch gekannt. Und der beschreibt im Psalm 13, ab dem Vers 2, Euch, Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich von mir verborgen? Wie lange noch sollen Sorgen mich quälen? Wie lange soll der Kummer Tag für Tag an mir nagen? Wie lange noch wird mein Feind über mir stehen? Herr, mein Gott, wende dich mir wieder zu und antworte mir. Mach etwas. In der Bibel gibt es ganz viele Personen, die sich die Frage stellen, wie lange noch Gott, wie lange muss ich noch warten? Und das Verrückte an der ganzen Situation in der Bibel ist, Gott beantwortet die Frage in den seltensten Fällen. Gott schickt nicht ein Schild hin und sagt noch 50 Minuten oder morgen in einer Woche oder ab jetzt noch zwei Jahre und nachher beantworte ich die Frage. Nein, das Einzige, was er sagt, ist in der Regel, warte einfach. Die Sache in der Bibel mit dem Warten, die kommt häufig vor. Und es gibt sogar einen speziellen Ausdruck für solche Menschen, die im Glauben stehen, die warten, dass Gott etwas macht. Warten auf den Herrn, heisst es. Warten, bis Gott eingreift. Die Bibel sagt zusammenfassend, sie sagt nicht, dass Warten etwas Tolles wäre, dass Warten etwas Lässiges wäre. Und sie beantwortet auch nicht alle Fragen in Bezug auf das Warten, aber sie setzt ein Aber dazu. Warten ist zwar mühsam und blöd und nervig, aber, ein Aber gibt es. Wenn wir in die Bibel schauen, entdecken wir ein paar kraftvolle Warten rund um das Warten. Und um das geht es in diesen paar Minuten, die noch bleiben. Bis ihr nicht mehr warten mögt. Das führt uns ganz direkt zu dieser weihnachtlichen Geschichte von Hannah und Simeon. Lukas, der Evangelist, beschreibt ja die ganze Geburtsgeschichte von Jesus. Wie Jesus auf die Welt kommt und dann schreibt er das mit den Engeln und mit den Hirten. Wunderbare Geschichte. Wie geht es nachher weiter? Es geht nachher weiter, dass Maria und Josef Jesus nähnt und auf Jerusalem in den Tempel bringen, so wie es das Gesetz verlangt hat für die Erstgeborenen. Und dort im Tempel, dort begegnen sie am Simeon und dort heisst es, damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war Rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Und dort in dem Tempel begegneten Simeon der Maria und Josef und Jesus und der Heilige Geist zeigt ihm, dass das Kind genau das Kind ist, wo er darauf gewartet hat, dass das genau die Hilfe für Israel ist. Der heisst es noch von einer anderen Person, von der Hannah. In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hannah, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach siebenjähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Also stellt euch das mal vor. Sieben Jahre war sie geheiratet, dann ist ihr Mann gestorben und jetzt ist sie schon 84 Jahre alt. Sie hat sehr lange als Witwe gelebt und in dieser Zeit war es noch etwas anders als in unserer Zeit, um als Witwe zu leben. Ich meine, es ist schon heute nicht einfach. Aber in dieser Zeit war es noch etwas schwieriger. Sie verbrachten ihre ganze Zeit im Tempel und dienten Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dankpreise Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Also scheinbar hatte das irgendwie eine Gruppe von Leuten, die mit ihr zusammen auf die Erlösung von Jerusalem gewartet haben. Und sie hat mit denen angefangen, über das Kind zu reden. Also grundsätzlich haben wir zwei Personen, die gewartet haben. Es war der Simeon und es war die Hannah. Zwei Sachen gibt es, die wir von ihnen lernen können, wie es um unseres Warten geht. Und zwar zuerst einmal, dass es eine Rolle spielt, auf wer oder auf was wir warten. Auf wer oder was haben Simeon und Hannah gewartet? Es heisst hier, sie haben auf die Erlösung von Jerusalem oder auf die Hilfe von Israel gewartet. Das ist alttestamentliche Sprache. Im Alten Testament hat man so geredet, wie man vom Messias geredet hat. Von dem Mann, von dieser Person, die Licht bringen in die Dunkelheit. Und genau auf diese Person haben Hannah und Simeon gewartet. Es ist ihnen nicht darum gegangen, in erster Linie, dass Gott ihr Leben in Ordnung würde bringen, gerade bei Hannah als Witwe auch, dass sie irgendwo wieder heiraten kann. Sicher hat sie irgendwo in die Richtung auch Wünsche gehabt. Aber am Schluss hat sie auf den Messias gewartet. Sie hat nicht gewartet, dass Gott ihre Umstände würde ändern, dass Gott sie mit Geschenken überhäuft, ihr Portemonnaie würde füllen, ihr ein Einfamilienhäuschen würde schenken. Nein, sie haben auf einen Herr gewartet. Ich sage das darum ganz bewusst, weil viele Leute, auch viele Christen denken, auf einen Herr warten heisst, dass ich warte, bis Gott dieses oder jenes in mein Leben hineinschenkt. Dass Gott dieses oder jenes richtet, mir am Schluss eigentlich das gibt, was ich will. Dass Leute denken, auf einen Herr warten heisst, dass ich warte, bis Gott meine Umstände ändert, meine Wünsche so erfüllt, wie ich es gerne hätte. Und ich warte dann einfach, bis das passiert. Das ist gefährlich. Wenn ich auf einen Herr warten so verstehe. Warum ist es gefährlich? Zuerst einmal ist es gefährlich, dass wenn ich so eine ganze fixe Vorstellung habe, was Gott in mein Leben einschenken muss, es kann sein, dass Gott mir das gar nicht schenken will. Und dass ich mein ganzes Leben lebe und so versteift mich darauf, dass ich endlich das eine überkomme und unbedingt, weil ich das unbedingt haben muss, weil sonst kann ich nicht glücklich sein, dass ich mich so konzentriere darauf, dass ich ganz vergesse, was nebendran alles für wunderbare Sachen mir Gott ein Leben einschenkt. also das Gefährliche kann daran sein, dass ich mich darauf konzentriere, auf etwas, wo Gott, wo ich mein Leben lang warte, wo Gott nämlich gar nicht für mich bereit hat. Das Zweite, was gefährlich ist, es kann sein, dass Gott mir das tatsächlich gleich schenkt. Und dass ich dort bin und dass ich merke, ich warte eigentlich immer noch auf etwas. Ich weiss zwar nicht ganz genau, auf was, aber das war gar nicht erfüllend, von dem, was ich wirklich gehofft habe. Es macht mich gar nicht so glücklich, wenn ich mir das wirklich wünschte. Es ist entscheidend, auf was du wartest. Simeon und Hanna haben nicht darauf gewartet, dass Gott ihnen einfach Geschenke gibt, sondern sie haben auf einen Herr direkt gewartet. Sie haben auf einen Messias gewartet, um ihn kennenzulernen, um ihm begegnen, um mit ihm zusammen zu sein. Meine Frage ist, auf was wartest du? Weil das ist eine Entscheidung, die man auch trifft, auf was will ich warten, wo will ich meine Prioritäten setzen? Warte auf etwas, was sich wirklich lohnt, darauf zu warten. Das ist das Erste, was wir von diesen beiden lernen können. Da gibt es noch etwas Zweites, und zwar die Frage, wie haben sie gewartet? Haben sie einfach passiv gewartet? Sind sie einfach rumgehockt und haben Däumchen gedreht? Nein, nicht wirklich. Von Hanna heisst es, sie war Prophetin, sie ist jeden Tag in den Tempel, sie ist zu midden ihrer Aufgabe gestanden, sie hat ihre Aufgabe als Prophetin getan, sie hat gebetet, sie hat gefastet, sie ist für die Leute da gewesen, sie war sehr aktiv in dem Allem, in dem sie gelebt hat. Und genau gleich heisst es von Simeon auch nicht, dass er sich irgendwo zurückgezogen hat in sein Häuschen und die Türen zugemacht hat und dort alleine war. Nein, die beiden waren da, sie waren präsent, sie waren im Tempel. Warten heisst nicht, nichts zu machen. Auf einen Herrn warten hat nichts damit zu tun, dass ich einfach apathisch und passiv bin. Also wenn jetzt die Chef oder deine Chefin kommt und es gibt ja manchmal Jahresabschlussgespräche und sie kommt zu dir und sagt, guten Mann, gute Frau, wieso zeigen sie nicht ein bisschen mehr Initiativen und Mut und du nachher antwortest und sagst, nein, ich warte auf den Herrn, dann ist das nicht unbedingt die Art und Weise, wie geht sich dein Leben vorstellt. Warten heisst nicht, nichts zu machen. Simeon und Tanda, die sind zum Mitteln in ihrem Leben gestanden. Die sind durch offene Türen gegangen, wie in offene Türen da gewesen sind. Die haben Chancen wahrgenommen, wie sich Chancen aufgetan haben. Und gleichzeitig in allem innen haben sie die Priorität nicht vergessen, zu warten auf einen Messias. und sie sind geduldig geblieben im Warten. Es gibt eine Geschichte auch von einem Mann und von einer Frau, die nicht so ganz geduldig geblieben sind. Der Abraham und Sarah. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Gott hat dem Abraham versprochen, ich werde mit dir sein und du wirst ein neues Volk gründen. Ich werde dir und deiner Frau den Sarah einen Sohn schenken. Und das wird der Start eines neuen Kapitels, das ich mit den Menschen schreibe. Das ist übrigens auch ein wesentlicher Teil dieser Kampagne, die wir in den ersten paar Monaten des neuen Jahres machen. Das sagt der Gott an Abraham. Und der Abraham ist mittlerweile 75. Und er verwundert sich, Gott, wann passiert das endlich? Ich warte jetzt schon mein ganzes Leben auf das Kind und es ist immer noch nicht da. Und Gott sagt, nicht, du hast noch zwei Jahre Zeit, du hast noch zehn Jahre Geduld, sondern er sagt, warte, jetzt noch nicht. Und so werden aus Tag, Wochen und aus Wochen, Monate und aus Monaten, Jahre. Und der Abraham ist mittlerweile über 80, hat immer noch kein Kind. Und dann heisst sie, in der Bibel übersehen, doch Sarai, das ist Sarah, die Frau Abrahams, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarai zu Abraham, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin, vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Also Sarah sagt eigentlich nichts anderes, als das Licht ist immer noch auf Rot. Es wird nie grün. Gott hat uns scheinbar vergessen. Nehmen wir das Heft, doch selber in die Hand. Ich mag nicht mehr warten. Und so geht Abraham zu der Hagar und die Hagar wird schwanger. Und du musst schauchen, was passiert nachher, was es nachher heisst. Im 1. Mose 16 heisst es, als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Da machte Sarai Abraham einen Vorwurf. Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Abraham entgegnete ihr. Sie ist deine Sklavin. Mach mit dir, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Also Sarah sagt, ich mag nicht mehr warten, es muss etwas passieren. Und Abraham sagt genau gleich, ja, es muss etwas passieren. Nehmen wir es in die Hand. Und sie beginnt an, billige Kompromisse zu machen. Sie beginnt an, rote Ampelleichter zu überschreiten. Mit massiven Konsequenzen. Mit Konsequenzen, wobei sie ja in unserer Zeit heute noch da sind. Die Bibel sagt, die Hagar hat nach einem Sohn bekommen, das ist der Ismail. Und der Ismail, das ist der Stammvater von allen arabischen Ländern. Spannungen, die heute noch da sind, zwischen Juden und zwischen arabischen Ländern, die eigentlich genau da ihren Ursprung hatten, wo ein Ehepaar nicht mehr hat warten können und das Heft selber in die Hand genommen hat. Und das passiert immer wieder. In anderen Situationen. Ich werde mit dieser Person schlafen, auch wenn ich nicht verheiratet bin. Ich mag einfach nicht mehr warten. Ich habe so eine Sehnsucht nach körperlicher Nähe. Ich werde jetzt bei diesem Rotlicht einfach ein bisschen nachhelfen. Oder Ich höre auf, meine Kinder beten. Ich mag einfach nicht mehr warten. Ich habe Kraft und Energie nicht mehr. Oder Die Aufgabe ist zu hart. Niemand wird je mein Engagement bemerken. Ich mag nicht mehr warten, bis etwas passiert und bis die Türe aufgeht. Oder Ich werde mein Engagement in meiner Ehe ein bisschen zurücknehmen. Es ist mir einfach zu anstrengend. Ich mag nicht mehr warten. Oder Ich habe zu dieser Verpflichtung zwar ja gesagt, aber ich mag nicht mehr warten. Gott muss mich vergessen haben. Ich werde dem roten Licht ein bisschen nachhelfen. Das ist Aufgeben beim Warten. Und die Barriere, die Gott eigentlich setzt und die wir wissen, eigentlich sollten wir nicht darüber, gehen wir natürlich gleich darüber. Ein rotes Licht, das wir einfach ignorieren. Und wenn das deine Situation ist, wenn du näher dran bist, beim Warten aufzugehen, dann will ich dir sagen, Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat dich nicht vergessen. Gott denkt an dich. Und Gott hat einen Weg für dich. Er lässt dich nicht allein, auch wenn es in diesem Moment sich so anfühlt. Er hat vielleicht einfach ein paar andere Pläne als du. Halt durch. Blieb geduldig. Wart. Der Jesaja hat es unglaublich stark formuliert. Er hat gesagt, doch die, die auf den Herrn warten, die auf den Herrn warten, die gewinnen neue Kraft, sie schwingen sich nach oben wie die Adler, sie laufen schnell, ohne zu ermüden, sie werden gehen und werden nicht matt. Was für eine wunderbare Stelle. Die, die warten, die, die, dranbleiben, ist eine Verheissung von Gott. Da wird Kraft von Gott reinkommen. Das ist das, was Abraham und Sarah gemacht haben. Am Anfang haben sie gewartet. Und das hat sie dort schon Kraft gekostet. Warten kostet immer Kraft. Aber dann, als sie sich entschieden haben, das Rotlicht zu übergehen, dann hat sie unter dem Strich noch viel mehr Kraft gekostet. Weil die Spannungen, die entstanden sind, die sind viel mühsamer geworden. Darum könnte man es jetzt ein bisschen hau-ruck-theologisch, theologie-mässig sagen, warten ist zwar blöd, aber das Herbeizwingen und Rote leichter überschreiten, das ist noch blöder. Das ist jetzt ein bisschen ab der Besse. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Wenn wir Grenzen überschreiten und aufgehend warten, hat das Konsequenzen. Jetzt, warum warten? Warten braucht oder Gott braucht solche Wartephases, um in uns Menschen, im Leben von uns Menschen etwas zu bewirken. John Ortberg, das ist ein amerikanischer Schriftsteller, Pastor und von ihm habe ich wesentliche Gedanken für die Predigt. Er schreibt, dass Warten eines der wichtigsten Werkzeuge von Gott ist, um einen Charakter eines Menschen zu formen. Und ich glaube, er hat recht. Ben Petterson, ein anderer Autor, der hat ein ganzes Buch über das Thema Warten geschrieben und er sagt, sehr häufig ist das, was mit mir passiert, während ich warte, viel wichtiger als das, worauf ich warte. Also das, was mit mir passiert, wo ich mich verändere, viel wichtiger als das, worauf ich warte. Warten ist zwar vielleicht mühsam und blöd, aber es schläft und schärft und formt den Charakter. Man merkt es an einer Person an, ob sie schon durch die Warteschule von Gott musste, weil so eine Person geduldig ist. Mit sich selber, mit anderen Leuten. Darum werde ich nicht, wenn du warten musst. So, und jetzt gibt es noch eine wichtige Frage in diesem Zusammenhang. Gott gibt ja uns auch Willen und er gibt uns Kraft und er gibt uns Energie. Jetzt nehmen wir eine nichts beliebige Situation. Wie ist denn das? Wird Gott von mir, dass ich warte und auf ihn warte, bis er etwas macht in meinem Leben? Oder ist es jetzt dran, dass ich selber aktiv werde, dass ich selber mutigen Schritt gehe, dass ich etwas anpacken, dass ich initiativ werde? Also beispielsweise mir gefällt es nicht mehr an meinem Job, dort wo ich arbeite. Was ist jetzt dran? Muss ich jetzt selber aktiv werden? Ist es jetzt im Sinn von Gott dass ich aktiv werden? Also muss ich selber aktiv werden? Das klingt ganz anders. Oh! Oder ist es dran zu warten und ruhig zu sein und auf Gott zu warten bis er etwas macht? Das ist eine schwierige Frage und das kann man nicht einfach pauschal beantworten. Ich habe gemerkt, es gibt eine ganz gute andere Frage, die ich mir stellen in so einer Situation wo mir hilft, um eine Antwort zu finden. Und zwar das ist die Frage. Also wenn ich nicht genau weiss, in einer Situation muss ich aktiv werden oder soll ich warten auf Gott? Die Frage, was würde eine Person mit gutem Charakter, mit tiefem Glauben und mit viel Weisheit an meiner Stelle für eine Entscheidung treffen? Also die Überlegung, wenn ich nicht genau weiss, was ist jetzt? Bin ich aktiv oder muss ich passiv sein? Dass ich mir zurücknehme und überlege, was würde eine Person an meiner Stelle entscheiden? Eine Person mit tiefem, mit gutem Charakter, mit tiefem Glauben und mit viel Weisheit? Wie würde die Person entscheiden? Die Bibel sagt, wenn du Christ wurde, wenn du dich entschieden hast, mit Gott zusammen zu leben, wenn du Jesus gemacht hat am Kreuz, dass du das für dich persönlich annimmst, Jesus deine Fehler her legst und mit Gott so eine Beziehung anfängst, sagst Gott, du und ich mehr zwei, genau so ist es. Dann gibt Gott den Heiligen Geist in dein Leben. Gott kann in dem Moment Gedanken sich in deine Gedanken einpflanzen. Und wenn du in einer verworrenen Situation bist, betest und sagst, Gott, hilf mir, was würde eine Person mit gutem Charakter, mit tiefem Glauben und mit viel Weisheit, das würde so eine Person entscheiden. Hilf du mir. Und dann gib das Beste. Und du bist mutig und trifft mutige Entscheidungen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gross, dass Gott gerade in so einem Moment zu dir spricht und dich in die Richtig Richtig zieht. Und mir geht es manchmal so, dass ich nicht ganz sicher bin, aber ich denke mal, es geht in die Richtung, ich muss aktiv werden, oder jetzt ist Zeit zum Warten. Dann sage ich Gott, ich entscheide mich jetzt für Warten. Wenn es nicht dein Willen ist, dann macht die Tür auf, dann zeige es mir, dass ich verkehrt warte, oder andersherum, ich gehe. Gott, ich gehe jetzt. Ich habe das Gefühl, das ist dein Weg, aber wenn es nicht dein Weg ist, dann legen wir Steine weg. Weil Gott ist genug gross und er sieht unser Herz und wenn wir ernsthaft das suchen, was er will, dann wird es nicht zulassen, dass eine Frau schlafen. Die Antwort ist nicht eine Fangfrage übrigens, die Antwort ist Nein. Es ist einfach, dass wir das geklärt haben. Ihr verwirrt mich gerade ein bisschen. Die Frage kann helfen, eine Antwort zu finden, in so schwierigen Situation. So, jetzt schliessen wir das Ganze ab und machen Nägel mit Köpfen. Was heisst das praktisch Warten? Wir sind ja jetzt noch ganze Woche Advent und am nächsten Samstag ist Weihnachten und Weihnachten in einer Woche. Die Herausforderung ist, wir warten in die Apfenszeit auf Jesus. Auf Weihnachten, dass er kommt. Wir erinnern uns daran, dass Jesus kommt. Irgendein wird er das zweite Mal kommen. Apfenszeit ist immer für das gestanden, dass wir uns erinnern an das zweite Mal, Jesus kommt. Die Herausforderung ist, wir üben uns in der geistlichen Disziplin des Wartens. Geistliche Disziplinen sind ja Übungen, die uns helfen im Alltag, dass wir uns bewusst werden, dass Gott da ist, dass wir seine Stimme hören, dass wir uns in seine Kraft einklinken können. Das sind geistliche Disziplinen. Eine geistliche Disziplin ist Betten, eine ist Bibeln lesen und jetzt gibt es die geistliche Disziplin des Wartens. Die gibt es auf jeden Fall ab heute. Die Herausforderung ist, in den nächsten Tag, anstatt du dich gegen das Warten wirst, dass du dich stressen wenn du Wartemomente hast, was du alles noch für schlaue und wichtige Sachen machen könntest. Nimm doch solche Wartemomente als Einladung von Gott, wo dich und mich daran erinnert, ich habe es eigentlich nicht im Griff. Aber das ist gut so. Das ist okay. Ich werde mit Jesus warten. Dass wir uns daran erinnern, ich habe es nicht unter Kontrolle und ich muss es auch nicht alles unter Kontrolle haben. Und das ist gut so. Und die Entspannung in diesen Momenten mit Gott zusammen zu spüren. Wenn du gehst einkaufen dann nützt doch mal so eine geistliche Übung beim Warten der Schlange. Ich denke, du wirst irgendwie anstehen, vor allem wenn du gegen das Ende der Woche einkaufen Dann such dir doch einmal die längste Kolonne. Und stehe hinten dran und mache es als geistliche Übung. Und dann kommt vielleicht einer und steht hinten dran und lässt ihn füren und sagst sie dürfen füren, ich warte auf den Herrn. Ich kann dir erzählen, was passiert. Oder wenn die Ampel rot ist, dann mach einen Moment die Augen zu. Einen Moment. Und erinnere daran, auf was du wirklich wartest. Auf was wartest du wirklich? Und vielleicht wird er grün, während du die Augen zugemacht hast. Und die Autos beginnen hinten anfangen, und erinnere dich an, dann kannst du das feiste runterkobeln und sagen, hey, ich warte auf den Herrn, wollt ihr auch mit warten? Ich habe uns viel besseres entdeckt, als auf grün warten. Oder am Tisch, anstatt dass du mit hochrotem Kopf das Kind an Tisch zerst, was noch fehlt, geniesse doch den Moment von der Ruhe, vom Warten, fange ins Gespräch an und erinnere dich daran, genau so ist unser Leben. Wir leben in einer noch nicht Welt. Auf wer warten wir eigentlich? Als Kind? Ja. Aber eigentlich, eigentlich warten wir auf den Messias. Mach solche Momente, Wartephase in deinem Alltag, nächste Woche und gib eine ganz spezielle Bedeutung. Geh in die Wartephase mit Gott und erlebe, wie er dich in diesen Momenten Wir gehen zum Schluss beten und ihr dürfen schon mal rüberkommen. Herr Jesus, ich danke dir vielmals für diesen Viertabfänd. Ich danke dir, dass wir in dieser Weihnachtszeit stehen, stehen, dass du gekommen bist auf die Welt und dass wir gleichzeitig auch immer warten. Das ist mühsam und manchmal stinkt es uns und verleidet es uns und wir haben einfach genug gewartet und wir wünschen uns die verschiedensten Bereiche, dass du eingreifst, dass du Türen aufmachst. Ich möchte dich bitten, für uns alle zusammen, dass wir vielleicht fast aufgeben sind zum Warten, dass du uns Geduld schenkst, um dran zu bleiben und nicht billige Kompromisse einzugehen. Und vielleicht dort, wo wir billige Kompromisse eingegangen sind, dass du uns hilfst, zurückzugehen und zu warten auf dich. Gib uns Mut. Und Jesus, ich möchte auch bitten, für die nächste Woche, dass du uns daran erinnerst, dass wir warten, dass es ein Moment sein, wo wir dir begegnen, wo wir eine tiefe Begegnung mit dir haben, weil du der bist, der auf uns wartet, bis wir zu dir kommen. Lass uns eine ganz spannende Woche erleben, in diesen Wartephasen in denen, in denen du wirkst und eingreifst. Amen. 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 Wartephasen Wartephasen